Musik 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 Ich hab mittlerweile auch ne U-Bahn-Camo ne Ah ne mal sind das Tü mit Dann pack ich jetzt mal schnell nochmal meine Knarre aus Ich hab mittlerweile auch ne U-Bahn-Camo ne Hab ich grade gewonnen Und hab sie gegen die schwarze ausgetauscht Ah ja aber eigentlich ein Fehler Die schwarze siehst du schlechter als du ne U-Bahn-Camo Ja Parmotechnisch ist mir wurscht Weil das ändert ja eigentlich nix Nein Aber damit bist du halt dann besser getarnt Oh Pff Da liegt ein Seesack Ja geh du in das Ich geh in das nächste Äh Möschen gleich auf den Sack Äh Hammer Hast'n Hammer? Sehr gut Ja hier ist auch noch ein zweiter drin Alter Alter was WTF Ich hab Soll ich dir mal sagen was ich gerade gefunden hab Zwei Batterien Äh ein Außenreifen Ein Netting Material Hydraulik Zylinder Und hier noch Und hier noch Das ist ein Riesenteil oder? Aha Wir sehen eigentlich jetzt diese Paletten aus die wir brauchen Äh Die sind in den Seesacken mit drin oder in den Kisten Die kann man nicht übersehen Äh Die kann man nicht übersehen Jetzt wäre noch keine gehabt Äh Tasche Wieder Schmand Ja Magazin für Pistole Nehm ich mal mit Wird ein bisschen ungemütlich hier sagst du Abgang mache Ja Abgang mache Aber das ist jetzt natürlich auch Ich kann jetzt hier kaum noch was mitschleppen Ja Das ist auch mein Meine Taschen sind voll Meine Weste ist voll Das ist auch mein Problem Mein Rucksack ist so voll Mal halt ein bisschen ausmisten dann halt Weil dann halt noch zwei Ehe da eine Palette mitschleppen tut Ja Weißt du müssen wir denn erstmal die Scheiße finden Ich weiß jetzt nicht wo in der Terra noch so in das für den Dinger sind Guck doch mal wo ich gerade hinlaufe Auch da links ist noch eins Mach das Clear durch schon mal den Turm Ja Ja Extra schon Body Modus Äh ok die Montänerhütten sind Hm Immerhin schon mal Schon mal gutes Zeichen Da kletter ich jetzt nicht hoch Ich komm zurück Hm? Ich komme zurück Na? Ja Erste Etage ist Clear Zweite Auch Clear Eine Waffenkiste Ich bin jetzt Ja Eine M4 A3 Äh mit Biolnet Eine M4 Ja Carbine Ja Allerdings hierzu liegt da auch nur ein einziges Magazin für die Teile M4 Carabine Ja also Kompaktversion Waffenkiste gefunden Waffenkiste gefunden Mit einer M4 Mit einer M4 Da ist auch noch eine kleine Kiste Ja wir haben hier eine M4 Eine Endfield Da muss ich jetzt mal kurz was ausmisten Was hast du gefunden? Handgranate Nice Kann jetzt auch mich nicht durch die Wand baggen Und hier ist auch ein ACO Rot RCO? ACO? ACO Ja das könnte ich vielleicht für meine MP Ah das liegt ja oben ganz auf dem Dach Ich bin gerade Ich gehe gerade die Container durch Zombies schon Oh ey die kommen schon Oh 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 Da kommt eine ganze Menge Hey Wagner da kommt eine ganze Menge Hier läuft gerade mindestens ein Dutzend rein Die kommen auf dich zu Mach da raus Hi Na alles klar bei euch? Du 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 Jetzt ne nicht den Turm hoch Das ist eine schlechte Idee Dann müssen wir die alle wegballern Äh warte Ich habe doch eine Axt bei Ja wenn du das zu unserem Mac M4 willst Deine Entscheidung Schreib mir ja immer noch Dir Schalldäffer finden zu Weil das wäre jetzt echt praktisch Ja definitiv Also Weil dann kannst du nämlich alles niedermähen Äh die Sache ist jetzt Wo gehen wir jetzt hin Einmal die Zombies umrunden Und dann hier südlich von Attira wieder rein Ja Noch ein Genosse Ja der trifft aber nicht Ne Na gut so dass die Zombies auch so lahmarschig sind Nicht wie in dem Ammer 2 DayZ Wo sie hier die reinsten Marathonläufer waren Ja aber du kannst ja Breaking Point ja jetzt nicht so ganz mit DayZ vergleichen Ne Aber ich meine jetzt hier vom Zombie technischen einfach jetzt nur Ja Ja Alle weil ich schon nicht so ein Ja äh Vergammelnder Kadaver da hier auch noch auf Marathonläufer machen kann Da oben ist ne Kiste und da werde ich nicht hingegangen Wo Was Oh Framemeinbrücher Wo denn Da oben auf dem Industriel Da gehen wir mal schnell hin Ich klettere die Leiter dann mal hoch Ich klettere die Leiter dann mal hoch Da wollte ich nämlich erst nicht hochklettern Ja Aber die Animation ne ist immer noch so dürftig Also Ja wir haben noch ein bisschen Zeit Die Zombies schlavenzeln gerade noch in der Military Post Ich hab noch ne Small Palette hier oben Ich kann sie aber nicht mitnehmen Warte ich komm mal hoch Jetzt bloß nicht an die Leiter stellen Noch richtig offen präsentiert herrleher Jetzt muss ich hier ne machen Ach die Dinger da hier Mhm Ich geh runter Eine fehlt uns noch ne Na scheiß Ding Bitte? Kacke Kannst du es nicht nehmen oder was? Obwohl wir sie ausmisten können Na jetzt Hab ich halt das eine Magnumagazin Jetzt weggeschickt halt Und der war aber Ich hab ja noch eins Ja Außerdem Wozu schlepp ich zwei Primaries rum? Dann die Secondary Wenn ich jetzt ein Magazin hab Reicht's ja So eine Palette hab ich jetzt Ja fehlt noch eine Dann hätten wir eigentlich alles Ja Äh Noch einer Weiß ich nur gerade nicht jetzt hier äh Das Tür gerade ist Da hinten Wo ist denn da hinten schon wieder? Oder ne doch nicht Sah jetzt aus als wenn das so ne Construction Site wär Ja Ansonsten Ansonsten holen wir halt mal Gravia rein Weil da ist dann auch noch welche Ja gut Ich bin sowieso Mal überlegen ob ich die MP7 nicht einfach liegen lasse Ja also ich hab ja momentan ja Aber du hast ja ja eine M4 Also du hast ja einen guten Allrounder Also ich hab halt nur meine Sniper halt noch Ich hab halt nur meine Sniper halt noch Ja Aber wenn ich einen Strungwehr jetzt einbacken würde Das krieg ich nicht lobt Hier ist aber auch noch eine Construction Site Wo? Was? In dem Haus wo ich bin Weil da liegen Backsteine vor Hier ist aber nichts Ich geh nochmal eben schnell in den Schuppen dort Nothing Wait Das war gerade ein Frame Einbruch Aber von aller finstersten Ah scheiße Da 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 Das war so ruhig hier ne? Hm Für meinen Geschmack eine Runde zu ruhig So Guten Morgen Ja Äh Da hätten wir ein Industrie-Spiel Ah ok Bei der Zombie in der Gasse Ja Ja ich hoffe man versteht den Server gut Das fällt mir jetzt ein nach einer halben Stunde Äh bin ich wieder zu leise oder was? Nein 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 Das ist eigentlich genau richtig Das ist eigentlich genau richtig Das ist halt dann nur nachher im Endvideo Die Frage Naja Dann werden wir es ja sehen Dann müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal lauter hauen Braucht jemand nen Burger? Hä Äh Da hinten ist der Burger King Blu 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 King Wir wissen ja alle was gemeint ist Naja Du kannst dir gerade vorstellen ich zerfließe gerade in meinem Zimmer Das ist nachvollziehbar Und dann auch noch mit den Kopfhörern Aha Ansonsten müssen wir halt ne Hitzepause bei dir machen Äh passt schon noch geht es Mein Gott ey wo sind immer eins hier So langsam mal eins kommen Ich weiß auf jeden Fall dass Vortiere eine Baustelle war Ja Ich habe schon lieber hier rumgeleiert aber immer noch keinen Halbwechsel Dass ihr Autorest nochmal reparieren könnte Ja Ich habe jetzt mal eine Per Ähm Nach dir meine Zuschauer Nein Ich habe mich mal mit einem Ähm Ein, zwei anderen Hast du nachgeladen? Ja Ein, zwei anderen YouTubern Äh äh In Verbindung gesetzt Und vielleicht Kommt da ja demnächst was Pfff Wenn ich hoffe wenn man fragen darf Ach nichts großes Ja man kann ja trotzdem mal fragen Äh der Mr. Blobfisch Und Ähm